12.000 Euro Steuerfreibetrag für Rentner mit Hinzuverdienst gefordert. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Meine Damen und Herren, wir berichten ja nicht nur über rentenrechtliche Themen im Hinblick auf die Frage von Gerichtsurteilen und was sich so im Rentenrecht alles geändert hat, rechtlicherseits, sondern wir greifen auch von politischen Parteien Ideen auf, was das Thema Altersrente, Hinzuverdienst, Steuern, Rente allgemein und so weiter betrifft. Aktuell haben wir ja nun das brandaktuelle Thema mit der Forderung der FDP, die Rente mit 63 abzuschaffen und hier eine Flexibilisierung einzuführen, so nach dem Modell, was in Schweden praktiziert wird. Und jetzt haben wir hier einen Vortrag oder einen entsprechenden Vorschlag der Fraktion der Alternative für Deutschland, AfD, und zwar an der Bundestagsdrucksache 2011 294, hat die AfD hier eine Forderung aufgestellt. Und zwar hat sie gesagt, wir wollen 12.000 Euro Steuerfreibetrag für Rentner mit Hinzuverdienst haben. Und zwar als Begründung relativ einfach. Wir haben einen demografischen Wandel in Deutschland. Der führt zu einem erwarteten Fachkräftemangel. Bis 2036 werden etwa 30 Prozent der Arbeitskräfte das Rentenalter erreicht haben. Um dem entgegenzuwirken, schlägt die AfD-Fraktion vor, verstärkt auf die Beschäftigung von Rentnerinnen und Rentner im eigenen Land zu setzen, anstatt auf die Zuwanderung. Ja, meine Damen und Herren, ohne Zuwanderung wird es wohl nicht gehen. Auch das kann die AfD nicht verhindern. Laut AfD würde das wohl Vorteile wie kulturelle Kontinuität, Nutzung vorhandener Berufserfahrung und geringerer Integrationskosten während soziale Konflikte und Verteilungskämpfe reduziert werden. Meine Damen und Herren, darauf möchte ich mal nicht so sehr eingehen. Ich denke schon, dass wir eine gezielte Zuwanderung in Deutschland brauchen. Wir werden also praktisch die Herausforderungen der Demografie ohne gezielte Zuwanderung nicht lösen können. Also es ist ein Baustein dessen, was ich ja auch als Rentenberater vorschlage, neben der erwerbstätigen Versicherung hier praktisch als nächsten Baustein sozusagen, die Erwerbstätigkeit von Rentnerinnen und Rentnern oder für Rentnerinnen und Rentnern attraktiv zu gestalten. Und damit das attraktiv wird, schlägt die AfD vor, den Hinzuverdienst von Renten mit individuellen Einkommensteuersatz praktisch zu verbessern. Für viele lohnt sich das quasi nicht, weiterzuarbeiten, sagt die AfD. Und es wird argumentiert, dass Arbeit sich auch für Rentner lohnen solle. Und deshalb fordert die AfD, eine Änderung des Einkommensteuergesetzes vorzulegen. Dieser soll einen neuen Steuerfreibetrag für Steuerpflichtige beinhalten, die die Regelaltersgrenze erreicht haben. Der Steuerfreibetrag soll jährlich 12.000 Euro für Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit, selbstständiger Arbeit, Gewerbebetrieb sowie aus Land- und Forstwirtschaft betragen. Zur Begründung sagt die AfD, der neue Freibetrag soll eingeführt werden, damit Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit und anderer Einkommensarten neben dem Rentenbezug einfach attraktiver sind. Also bis 12.000 Euro sollen solche Einkünfte praktisch steuerfrei bleiben. Natürlich haben wir auch noch den Extra-Steuerfreibetrag oder den Grundsteuerfreibetrag in der entsprechenden Art und Weise, wie wir ihn jetzt kennen und auch die Steuerfreibeträge für die Renten. Dieser Freibetrag soll jährlich 12.000 Euro betragen und nur für aktive Erwerbstätige nach Erreichen der Regelaltersgrenze gelten. Rentenbezüge oder Versorgungsleistungen aus früheren Tätigkeiten werden nicht begünstigt. Dieser Freibetrag soll älterer Arbeitnehmer ermutigen, im Arbeitsmarkt aktiv zu bleiben oder wieder einzusteigen, was die Fachkräftesicherung fördern würde. Meine Damen und Herren, wir haben ja selber als Rentenberater schon ab und zu mal Modelle ausgerechnet, wie hoch die Besteuerung ist. Wenn jemand eine Rente bezieht und seinen Arbeitslohn hat, da kann ich also sozusagen nicht zwingend immer davon ausgehen, dass sich die Weiterarbeit nach Rentenbeginn nicht lohnen würde. Viele Versicherte oder viele Arbeitnehmer sind der irrigen Annahme, also sie glauben fehl oder glauben falsch, dass wenn sie einen Arbeitslohn haben, dass dieser Arbeitslohn dann neben der Rente komplett für die Besteuerung drauf geht. Das stimmt so nicht, meine Damen und Herren. Natürlich, das ist ganz klar, greift jetzt Christian Lindner aktuell als Finanzminister ordentlich ab, wenn jemand arbeiten geht und eine Rente hat. Sie können davon ausgehen, dass je nach Einkommenshöhe doch da noch ein paar tausend Euro Einkommensteuer dazukommen. Aber dass generell von der Rente oder vom Arbeitslohn nichts mehr übrig bleibt, das würde ich so nicht unterschreiben wollen. Das ist eine Fehlinformation. Also in den meisten Fällen bleibt ja dennoch immer noch einiges übrig. Man kann das natürlich auch steuerlich alles gestalten, indem man sagt, okay, man geht nicht mehr Vollzeit arbeiten, man geht Teilzeit arbeiten oder aber man reduziert seine Arbeitszeit halt noch weiter. Letzten Endes finde ich, ist die Idee, hier einen steuerlichen Freibetrag einzuführen, gar nicht so dumm. Das kommt ungefähr dahin, was auch die Grünen zum Beispiel vorhaben, dass sie eventuell dann sagen, ja, wer nach der Regelart des Grenzes weiterarbeiten geht, der erhält dann eben bestimmte Anteile an entsprechenden Beitragsaufwendungen für Sozialleistungen halt wieder erstattet. Aber, meine Damen und Herren, das würde ich, also den Vorschlag der AfD würde ich, sagen wir mal, dahingehend komfortabler finden, da er einfacher umzusetzen ist, als zum Beispiel Beitragserstattungen nach Erreichen der Regelart des Grenzes. Also, meine Damen und Herren, ich finde kein schlechter Vorschlag, sollte man mal drüber nachdenken. Und wenn die AfD jetzt noch hier ihre Begründung rausnimmt, wie die Vorteile der kulturellen Kontinuität, ja, meine Damen und Herren, wir sind in Deutschland nun mal auf Zuwanderung, auf qualifizierte Zuwanderung einangewiesen. Und es wird nicht dadurch besser, dass wir uns total abschotten. Das können wir, das stehen wir nicht durch letzten Endes. Und Deutschland hat noch ein anderes Problem. Nicht nur Deutschland hat ein Altersdemografie-Problem, sondern viele Länder in Europa haben dieses Problem. Und wir konkurrieren mit all diesen Ländern um qualifizierte Fachkräfte, meine Damen und Herren. Und deswegen finde ich erst mal im Grundsatz ist der Vorschlag gut, aber wir müssen das noch weiterdenken. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie den Vorschlag der AfD auch gut finden, 12.000 Euro neuer Steuerfreibetrag für Rentner mit dem Zuverdienst, dann Daumen hoch und ein Like vielleicht für unser Video. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall erst mal alles Gute, eine wunderbare, rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.